Fangen wir einfach mal mit 50% an. Eiklappen mit Kippen abfangen. Genau. Ja, schon besser. Super. Genau. Alles klar. Okay, weiter. Auf geht's. Eiklappen mit Kippen. Abfangen. Zack. Abfallen. Oh, ja, ja, ja. Okay, wir haben ja gesagt, dass man vielleicht bei den Eiklappern immer etwas hinwiederziehen, je mehr wir beschleunigen. Das war ein ordentlicher Eiklappern. Mach nochmal. Aber das ist nicht so krass wie eben. Gerade irgendwann knapp 80,90% der Wiesel weg. So rational ist das nicht wahr. Abfangen. Jo, ordentlich. Ja, okay. Also die Reaktion passt super. Der Klapper ist überdimensional. Okay.